In dieser Folge hier verrate ich dir zwei kleine Worte, mit denen du sofort raus aus der Opferrolle rein in die Macher- und Gestalterrolle kommst und wie du damit sofort deutlich selbstbestimmter, unabhängiger denkst, sprichst, handelst und am Ende auch bist. Also, bleib dran! Es gibt diese Weisheit, die lautet, achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden zu Worten, deine Worte werden zu Taten, deine Taten werden zu Gewohnheiten und deine Gewohnheiten, die werden zu deinem Charakter. So, das ist ein alter Spruch, der stammt, glaube ich, entweder aus der Bibel oder aus der hebräischen Version der Bibel und, ja, da ist einiges dran, wenn ihr mich fragt. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser Frage nach, wie denken wir eigentlich, wie sprechen wir daraus resultierend und wie handeln wir dann auch daraus resultierend, und klar, dann Gewohnheiten und Charakter und so weiter, aber wirklich diese drei Dinge, wie denken wir, wie sprechen wir, wie handeln wir, da sind meiner Meinung nach diese beiden Punkte der Reaktivität und der Proaktivität ganz, 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 ganz große Game Changer. Wenn wir das einmal verstanden haben, Reaktivität versus Proaktivität beim Denken, beim Sprechen, beim Handeln, dann formt das am Ende wirklich unseren Charakter, wirklich unser Mindset, unsere Einstellung zu allem, unsere Einstellung zu unserem Leben, zu der Verbindung mit den Menschen um uns herum und das am Ende sorgt auch ganz, ganz, ganz stark dann für unseren Erfolg, Erfolg im Sinne unseres Businesses, beruflich, persönlich, privat, etc. Und das ist auch etwas, was die erfolgreichen Menschen, die ich so kennenlerne, all die Unternehmer, die ich regelmäßig treffe, mit denen ich regelmäßig spreche, das unterscheidet sie wirklich, das unterscheidet sie wirklich. Denken, Sprechen und Handel, ich, reaktiv oder proaktiv? Jetzt fragst du dich, okay, was bedeutet das jeweils, reaktiv versus proaktiv? Man könnte es auch, man könnte es auch etwas billiger und einfacher ausdrücken, reaktiv, das ist die Opferrolle und proaktiv, das ist die Macherrolle. Und wir sind hier schließlich beim Thema Machen, deshalb wollen wir uns das jetzt auch mal ganz genau angucken. Ich habe euch mal hier ein Beispiel mitgebracht. Also, reaktiv, beziehungsweise die Opferrolle, das geht dann einher mit solchen Begriffen wie Ich muss dieses, jenes, welches tun. Ich muss. Ich muss jetzt noch diese Aufgabe hier erledigen. Ich muss jetzt noch unbedingt einkaufen gehen. Ich muss jetzt noch dieses oder jenes hier für den Kunden fertig machen. Oder auch natürlich im privat-persönlichen Leben. Ich muss jetzt hier noch irgendwie mit meiner Familie dies oder jenes tun. Ich muss jetzt hier noch den Rasen mähen. Ich muss noch mein Auto putzen. Whatever. Gleichzeitig reaktiv Opferrolle. Ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht einfach dieses oder jenes machen. Ich kann doch jetzt nicht hier irgendwie kündigen und mein eigenes Baby gründen. Ich kann nicht folgendes machen. Es ist alles fremdbestimmt. Ich würde ja vielleicht ganz gerne, aber ich kann einfach nicht. So, was wären jetzt die proaktiven, die Macherrollen, Äquivalente oder Gegensätze dazu? Was ist das, was am Ende wirklich es ausmacht, sein Leben, sein Schicksal, seinen Erfolg in die eigene Hand zu nehmen? Sich wirklich einmal dieses Mindset zu geben und das fängt dann eben an mit dem Denken, dann mit dem Sprechen, dann mit dem Handeln, Gewohnheiten, Charakter. Statt ich muss, mal über das ich will, sich im Klaren zu werden. Ich will. Ich muss noch das und das hier jetzt für den Kunden fertig machen. Oder ich will jetzt dieses und jenes noch für den Kunden fertig machen. Und in diesem Moment, in diesem Moment nimmst du die Macher- und die Gestalterrolle ein. Wenn du für dich entscheidest, wenn du denkst, wenn du sagst, wenn du handelst, ich will, dann hast du aktiv dich dafür entschieden, jetzt noch die eine Sache für den Kunden fertig zu machen. Du kannst aber natürlich auch genauso gut sagen, ich will jetzt stattdessen irgendwas anderes machen. Es ist alles nur eine Frage der Opportunitätskosten und der Priorisierung. Aber dann hast du dich aktiv entschieden, aktiv dich dafür entschieden zu sagen, ich will dieses oder jenes tun oder ich will dieses oder jenes nicht tun. Wisst ja, zu einer Sache Nein zu sagen, ist gleichzeitig auch noch viel, 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 viel größeres Ja zu einer anderen Sache. Beispiel, ich will statt ich muss. Beispiel, ich kann nicht. Ich kann jetzt hier nicht. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Ich kann jetzt gerade nicht, weil... Fremdbestimmt, Opferrolle. Stattdessen, ich wähle. Ich wähle, hier auch, nehme ich wieder die Gestalter, die proaktive Rolle, die Macherrolle ein. Denn ich wähle jetzt ganz explizit, nicht zu diesem Meeting zu gehen. Statt zu sagen, sorry, ich kann heute nicht. Ich muss leider verschieben, weil ich habe jetzt hier irgendwie ist noch was ganz anderes Wichtiges reingekommen, was ich jetzt unbedingt machen muss. Ich muss. Ich kann nicht. Nein. Ich wähle jetzt hier explizit, ich wähle, nicht zu unserem Meeting zu kommen. Punkt. Ich kann vielleicht noch eine Begründung dazugeben und dem Gegenüber noch etwas Kontext zu geben. Das hilft immer beim Nein sagen. Nein sagen, unser größter Freund. Gleichzeitig kann es halt helfen, unser Nein ganz kurz und knackig einmal eben mit zu begründen. Das muss keine große Entschuldigung, Ausrede, sonst irgendwas. Einfach nur mal ganz kurz aus unserer Sicht erklären. Ich wähle jetzt nicht an unserem Meeting teilzunehmen, denn ich habe eine andere Sache höher priorisiert und die will ich jetzt mit einer höheren Priorität umsetzen, weil es zum Beispiel auf dieses und jenes Ziel von mir stärker einzahlt. Und schon wird jedes Gegenüber wird es verstehen können. Also, statt ich muss oder ich kann nicht, einfach ich will oder ich wähle. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele für ein paar Worte. Aber das ist genau das, was da drin steckt. Aus den Gedanken, aus der Art und Weise, wie ich über diese Sachen denke, daraus werden dann diese Worte, daraus werden dann die Taten, daraus wird dann der Charakter und daraus wird dann mein Schicksal. Hört ihr dazu gern mal die Podcast-Folge Nummer 205 hier in diesem Podcast an. Da geht es nämlich auch um das Thema Selbstmotivation. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung hier. Da habe ich nämlich fünf Lifehacks aufgelistet in dieser Podcast-Folge, mit denen man sich jeden Tag selbst motivieren kann und die ich auch jeden Tag anwende und die mir super, super gut helfen, morgens aus dem Bett zu kommen, meine Sachen wirklich auf die Straße zu bringen, zu brennen für das, was ich jeden Tag tun will. Folge 205 hier in diesem Podcast, einfach mal runterscrollen in der Podcast-App. 5 Lifehacks für deine tägliche Selbstmotivation. Kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Bis dahin, dein Michael.